Ein König, ein Bundesrat, Filmstars und diverse Schweizer Musikgrössen geben heute bei uns zu reden. Herzlich willkommen zu der Weekend-Ausgabe von «Gesichter und Geschichten». Grüß dich miteinander. Los geht's ganz sportlich, bevor wir jetzt gleich zum «King Roger» persönlich kommen. Zuerst jetzt aber zum grössten Sporterregnis dieses Jahres, dem Olympischen Sommerspiel in Tokio. Mehr News gibt es wie immer auf unserer Instagram-Seite. Dort ist heute auch unser beliebter Wochen-Quiz zum Miträtseln aufgeschaltet. Wenn man von ihm spricht, greift man automatisch ganz tief in die Superlativkiste. Roger Federer ist einfach der weltweit beste Tennisspieler aller Zeiten. Diverse Male schrieb Baselbieter mit seinen Erfolgsgeschichten neu und uns alle mit seinen Gefühlen vor dem Fernsehen berührt. Heute gratulieren wir aber nicht zum weiteren Sieg, sondern zum 40. Geburtstag. Vom Tennisplatz auf die Piazza Grande. Seit Mittwoch ist in Locarno das 74. Filmfestival in Gang. Für uns vor Ort unser Reporter, Joel Grolymond. Und er hat alle Handfold zu tun. Neben dem Gipfeltreffen von Polit- und Filmprominent war er auch an der Weltpremiere eines neuen Schweizer Films dabei, die nicht an einem passenden Ort stattfinden konnte. Danke, Joel, für deine Berichterstattung aus Locarno. Locarno war aber nur ein Zwischenhall für Joel Grolymond. Er kam diesen Sommer nämlich viel rum in der Schweiz. Ob am See, auf der Baustelle oder zu Hause in der Natur, Joel besuchte die Prominent und rief bei diversen Schweizer Musikstars und fragte. Morgen startet bei uns eine neue Summerserie. Aarekind heisst sie und handelt von unserem Reporter dem Aarekind Sandro Sabatini, der in Aare aufgewachsen ist und jetzt zusammen mit diversen lokalen Persönlichkeiten der Faszination rund um einen längsten Schweizer Fluss auf den Grund geht. Eine poetische Serie mit vielen berührenden Bildern. Aarekind, unsere neue Summerserie startet morgen Abend nicht verpassen, um 5.30 Uhr bis 7 Uhr auf SRF1. Ich freue mich darauf und auf euch. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander.